Moin, ich bin Malermeister Andi und willkommen zu einem erneuten Video. Heute geht es um eine Schutzimprägnierung von der Firma SICKER, die wir auf eine Betonoptik auftragen wollen, weil die in der Küche ist, um sich zu schützen. Daher viel Spaß beim Video. So Freunde, ich bin hier wie gesagt in der Küche, rechts neben mir Betonoptik, um genau zu sein, SICKER WALL 550 MAGIC. Wie die Betonoptik hier an dieser Watt entstanden ist, da habe ich ein separates Video von gemacht. Das kannst du gerne mal abchecken, verlinke ich dir oben in der Infobox. Da habe ich dir halt Schritt für Schritt erklärt, wie diese Betonoptik funktioniert. Für mich ein sehr, sehr, sehr geiles Produkt, lässt sich erst rein verarbeiten und die Optik ist halt auch wirklich brutal. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Aber da kam dann halt mal die ein oder andere Frage, wie sieht es denn aus? Das ist der Küchenbereich, wie sieht es aus mit Schmutz oder mit Feuchtigkeit, beziehungsweise mal, ja, was halt so in der Küche passiert, Fettspritzer etc. pp. Da muss ich sagen, ist die Betonoptik natürlich jetzt nicht super perfekt geeignet, wenn sie mal feucht wird oder ein bisschen Schmutz dagegen ist, kannst du mit einem feuchten Lappen abwischen. Aber halt die dauerhafte Belastung von Schmutz hält sie natürlich nicht aus. Und das ist zum Beispiel hier unten die ersten vier, fünf Zentimeter. Wenn du jetzt einen feuchten Lappen hast und jedes Mal nach dem Kochen deine Platte abwischt, normalerweise gibt es sie auch für Wischkanten, ist sie aber nicht gewünscht. Also gehst du automatisch, kommst du mal mit einem feuchten Lappen immer gegen diese Betonoptik. Da passiert jetzt beim ersten Mal oder beim fünften Mal oder beim zehnten Mal auch nichts. Das sieht dann immer noch aus wie neu. Aber halt diese dauerhafte Belastung, weil diese bleibt ja hoffentlich mehrere Jahre hier an der Wand, wirst du irgendwann hier unten so eine kleine schnuddelige Kante bekommen, was irgendwann nicht mehr schön aussieht. Und da hat die Firma Sika ein Produkt, das nennt sich 790 All-in-One Protect. Das ist dieser kleine Kanister hier. Das ist eine Schutzimprägnierung für diese Betonoptik, aber nicht nur für diese Betonoptik, sondern halt auch für komplett Natursteine. Aber was das genau auf sich hat, da komme ich gleich nochmal zu. Wie wird das Ganze aufgetragen? Entweder mit so einer Niederstruckspritze, also so eine Gartenpumpe, kennst du ja wahrscheinlich, oder mit der Rolle oder halt auch mit dem Pinsel. Und das machen wir hier, einmal Rolle, einmal Pinsel. Ich habe mir das unten schon alles einmal abgeklebt, also sprich die Arbeitsplatte geschützt. Und Wände links, rechts und die Decke habe ich mir nicht abgeklebt, weil da beschneide ich halt mir den Pinsel. Das Gute ist, die Schutzimprägnierung ist auch komplett farblos, also sprich man sieht sie gar nicht. Das ist das Perfekte, also der Farbton wird nicht geändert. Der Glanzgrad, der ändert sich auch nicht. Das ist halt das Geile an diesem Produkt. Sprich wir müssen nicht mal die ganze Wand machen. Also wir könnten jetzt hier zum Beispiel, sind ja die Unterteilung von den einzelnen Platten, wir könnten jetzt bis zur ersten Unterteilung gehen und dann reicht uns das schon. Aber sehe ich jetzt nicht als sinnvoll, wenn ich den Kanister sowieso schon habe und anfange zu imprägnieren, dann mache ich natürlich gleich bis oben hin. Was ich nicht empfehlen würde, ist jetzt mitten in der Fläche aufzuhören, weil eigentlich bräuchten wir nur dieses Stück hier unten. Aber das würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es ist zwar unsichtbar, aber es zeichnet sich halt ein bisschen ab. Schwierig zu erklären. Wenn du jetzt hier streichst, also auch mit dem Pinsel einfach einmal in die Mitte machst und gerade rauf guckst, siehst du das nicht. Du wirst es nicht erkennen, dass da eine Schutzimprägnung drauf ist. Aber wenn du seitlich guckst und dann auch noch das Licht reinfällt, dann kann es sein, dass ein wirklich minimaler Unterschied ist. Und da das Wohnzimmer ist und da das Sofa ist, guckst du immer schräg auf die Betonoptik drauf. Daher würde ich das hier jetzt bei dem Fall zum Beispiel nicht empfehlen. Ansonsten brauchst du bei dem Produkt wirklich keine Angst haben, dass du irgendwie Ansätze bekommst oder, oder, oder. Das Ganze wird zweimal aufgetragen und das nass in nass. Also sprich, wir gehen daher einmal auftragen und dann fangen wir gleich von vorne an und gehen das zweite Mal drüber und dann sind wir schon fertig. So, dann würde ich sagen, wir haben lang genug geschnackt. Den Kanister einmal vorher gut aufschütteln. Und dann müssen wir das nicht mehr verdünnen oder mit irgendwas mischen oder sonstiger. Das ist ein fertiges Produkt, das können wir uns einfach in den Eimer einfüllen. Wie gesagt, Rolle und Pinsel und let's go! Die Anwendung von All-in-One Protect kann zum Schutz von Fassaden, Böden und Dächern aus allen gängigen mineralischen Baustoffen verwendet werden. Dazu gehören zum Beispiel Naturstein wie Granit, Kalkstein, Marmor sowie rekonstruierter oder künstlicher Stein, Terrakotta-Fliesen, Ton, Zementbasis, Dachziegel, Beton, Zementputz und Gips. So, das war der erste Streich und da war das Ganze nass in nass auftragen sollen, fahren wir gleich an mit dem zweiten Anstrich. Ich habe jetzt mal die Seiten hier ausgelassen für euch, damit man sehen kann, dass es keinen farblichen Unterschied gibt. Ich werde sie dann nach dem Video natürlich noch auch imprägnieren, aber ich habe sie jetzt extra ausgelassen. Unten habe ich ja mitgemacht, aber links, rechts und oben habe ich jetzt nicht gemacht. Ich fange jetzt an mit dem zweiten Gang und dann können wir mal sehen, dass es keinen farblichen Unterschied gibt. Zusammengefasst ist die All-in-One Protect eine schützende Imprägnierung, die dazu dient, alle Arten von mineralischen Untergründen vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Ölen auf Wasserbasis zu schützen und die Verschmutzung dieser Materialien zu verhindern oder deutlich zu reduzieren. So, das war das Ganze. Sieht jetzt noch ein bisschen wüst aus, aber das trocknet weg. Das lassen wir jetzt auch weg trocknen und sehen wir uns gleich wieder. Dann zeige ich euch mal den Effekt von dem All-in-One Protect 790, wie krass der ist und dass uns mit der Betonoptik so schnell erstmal nichts mehr passiert. So, Freunde, knappe Stunde vergangen und wie man sieht, sieht man nichts mehr. Alles vernünftig weggezogen, keine Ansätze, kein anderes Bild, kein andere Farben bzw. der Farbton hat sich auch nicht verändert von der Betonoptik. Man sieht einfach keinen Unterschied, auch hier in den Ecken. Ich habe ja gesagt, das und die beiden Seiten habe ich nicht mitbeschichtet. Ich habe jetzt auch nicht großartig beschnitten mit einem Pinsel oder so. Einfach mit einem Pinsel in die Ecke rein und man sieht absolut keinen Unterschied, was natürlich schon sehr bemerkenswert ist. Aber dass das hier bzw. die Seiten nicht beschichtet sind, das zeige ich euch gleich anhand eines Beispiels mit Wasser. Dazu muss ich sagen, es ist jetzt schon ein Schutz da, aber Sika sagt ganz klar im technischen Merkblatt, der volle Schutz ist erst nach sieben Tagen da. Also normalerweise ab jetzt sieben Tage, dann kann nichts mehr passieren, aber ein großer Vor- und Nacheffekt ist jetzt auf jeden Fall schon da und das zeige ich dir jetzt mal anhand mit Wasser. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Hier ist ja die Imprägnierung drauf und hier ist die Imprägnierung nicht drauf und das werden wir jetzt auch gleich sehen. Ich habe hier so ein kleines Glas mit ein bisschen Wasser drin. Wie gesagt, der volle Schutz ist ja erst nach sieben Tagen da, aber man wird jetzt schon sehen, ich schütte hier einfach mal was drauf. Ja, ihr seht schon, wie das Wasser hin und her wandert. Also es zieht da einfach nicht ein. Wenn ich das jetzt länger stehen lassen würde, dann zieht es ein, halt weil der volle Schutz noch nicht gegeben ist. Aber im Gegensatz jetzt zu der Laibung, upsala, sieht man, es zieht hier sofort ein, wird sofort dunkel und hier ist jetzt die große Pfütze und da passiert halt nichts. Hier nochmal einen Test auf Pflasterstein. Ich glaube, man sieht ganz gut, wo die Imprägnierung ist und wo nicht. So Freunde, damit möchte ich das Video beenden. Meine Betonoptik ist jetzt hier bestens geschützt. Ich werde nach sieben Tagen den gleichen Test nochmal machen, dann ist der Effekt natürlich nochmal um einiges größer. Wenn du das nicht verpassen möchtest, schau gerne mal auf Instagram vorbei. Wenn du noch weitere Fragen hast zu dem Video oder zu den Produkten, schau gerne in der Videobeschreibung vorbei, da sind die Produkte verlinkt. Wenn du Fragen hast, rein unten in die Kommentare, du weißt ja Bescheid. Ansonsten kannst du auch gerne kostenlos den Kanal abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich dir einen angenehmen Tag und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.